Ich bin Waldemann Uwak, ich habe mit Dr. Norbert Brez zusammengearbeitet. Meine Problematik war folgende, ich war sehr erfolgreich, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Bedeutete, ich habe in einem Monat 20.000, 30.000 gemacht und dann dachte ich, es ist ja genug da. Und jedes Mal, was da bis zum Hals stand, wusste ich, jetzt muss was passieren, dann ging es wieder von vorne los. Und er hat mir aus dieser Tretmühle geholfen, dass ich strukturierter arbeiten kann, dass ich nicht mehr impulsiv arbeite, sondern konstant und dafür herzlichen Dank. Und seitdem habe ich dann meine dauerhaften Umsätze, die sind dann im fünfstelligen Bereich und zwar kontinuierlich und nicht mehr saisonal bedingt oder von Monat zu Monat, je nachdem, habe ich Geld, dann mache ich nichts, habe ich kein Geld, dann muss ich wieder spurten. Also vielen Dank an dieser Stelle für diese kontinuierlichen Umsätze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.